Okay Leute, was geht ab? Erzähl mir den Witz von meinem Vater. Ja, erzähl mir den Witz. Den hat mein Papa immer zu mir gesagt. Achtung, du hast Beine wie ein Reh. Nicht so lang, aber so behaart. Ja, ich hab wirklich behaarte Beine. I like that. Trinken, siehst du, alle schreiben, die würden den Tee trinken. Und du scheißt einfach drauf. Naja, man muss ja immer Prioritäten setzen. Was geht ab, Leute? Wie geht's euch? Habt ihr schon die Hörprobe gesehen? Was sagt ihr zum Million Dollar Baby? Ich vermisse dich, ich vermisse euch auch, Leute. Ich vermisse euch sehr. Morgen bin ich in Hannover beim Javro Vision Song Contest. Und das wird richtig, richtig nice. Das klingt so nice. Vielen, vielen Dank, Beats von Mike. Ich muss auch einmal Danke an dich sagen. Du machst so tolle Edits und alles, was du postest. Ich sehe wirklich fast alles unglaublich. Allgemein an alle, die mich so unterstützen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Allerbesten. Soll ich euch mal ein bisschen was von Million Dollar Baby vorsingen? Habt ihr da Bock drauf? Aber nur ein bisschen. Und dann muss ich wieder offline gehen. Und dann könnt ihr die Kommentare komplett zerstören unter der Hörprobe. Nehmt mal die Kommentare wieder richtig auseinander. Machst du noch Sport? Oh, Leute, ich mache gerade sehr viel Sport tatsächlich. Ich poste es nicht immer, weil ich einfach manchmal so am Arsch bin und nicht dran denke. Aber ja, ich mache sehr viel Sport. Okay, ihr wollt es hören. Wir haben gerade so eine Akustikversion vorbereitet. Ich zeige euch sogar ein bisschen was von der Strophe. Sie ist ein Million Dollar Baby. Frag nicht, was sie macht. Sie macht Cash und hat an ihrer Seite keinen Platz. Lass sie in Ruhe. Sie hört nicht zu. Hat keine Zeit, denn sie macht ihre Moves. Ganz allein, im Geheim. Sie ist anders. Ihr Body ein Wunder, die eine aus 100. Sie hustelt für ihr Konto und ich führe deine Nummer. Keine Dates, Private Chains. Alles Fake, kein A-N-Shield. In Dollar Baby. Frag nicht, was sie macht. Sie macht Cash und hat an ihrer Seite keinen Platz. Mein Million Dollar Baby. Frag nicht, was sie macht. Sie hat keine Zeit. Sie ist kein Girl für eine Nacht. Sie ist mein Million Dollar. Sie ist mein Million Dollar. Sie ist mein Million Dollar. Million Dollar Baby. Mal sind wir down, dann wieder ciao. Sie liebt ihr High Life. Ich lieb sie im Traum. Jede Nacht hält sie mich wach. Okay, das reicht, glaube ich. Oh mein Gott, krass. Wow, wow, wow. Ja Leute, ihr wisst doch, ich enttäusche euch nie. Okay Leute, dann checkt jetzt unbedingt die Hörprobe ab. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich lese mir alle Kommentare durch. Und bin so dankbar, euch an meiner Seite zu haben. Glaubst du, Stefan Raab kommt zurück? Ich hoffe, Stefan Raab kommt zurück. Und ich hoffe so sehr, dass ich irgendwann in meinem Leben noch mit ihm auf der Bühne stehe. Ich feiere ihn so. Ich liebe euch Leute. Passt auf euch auf. Habt einen wundervollen Tag. Und wunderschöne Ostern. Peace.